Ja, einige fragen sich vielleicht, wie bin ich überhaupt so depressiv geworden, dass ich kein Selbstbewusstsein habe, irgendwie eine Arbeitsstelle zu finden oder irgendwas in meinem Leben jemals auf die Reihe zu bekommen. Das ist halt ganz logisch, wenn man von Anfang an gemobbt wird, schon in der Grundschule und die ganze Zeit als Kind auch missachtet wird, zugequalmt wird mit Zigaretten und dann halt auch deswegen oft kränklich ist, weil man eben so viel Gift im Körper hat, schon von Kindheit an, dann ist es halt sehr schwer. Also eigentlich sollte ich auch 1,90 Meter groß werden, ungefähr, laut Kieferorthopäden. Zumindest waren meine Weisheitszähne und so weiter, vom Wachstum her mein Kiefer so veranlagt, aber durch Zigaretten, also den Passivrauch und später auch dann mein eigenes Bauchen, als ich dann angefangen habe, bin ich natürlich schon war. Ja, jetzt muss ich die Aufnahme wohl nochmal neu machen, weil alles nicht geklappt hat, alles verkruschelt, alles, ja, irgendwie ist halt das Kabel vom Mikrofon nicht so das Beste. Und ja, jetzt habe ich natürlich eine lange Aufnahme verloren, aber egal, machen wir das einfach nochmal ab dem Punkt. Also ja, ich bin natürlich nicht 1,90 groß geworden, sondern nur 1,75 wegen diesem Zahnarzt, wegen den Zigaretten. Das hat mir der Kieferorthopäde gesagt. Das sieht man irgendwie an Wachstum der Kieferknochen. Und ja, deswegen bin ich schon mal quasi auf sparsam gebaut, durch Zigaretten, könnte man auch so sehen. Weil ich bin halt auch nicht so groß geworden, wie ich eigentlich sollte. Und ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das und das Mobbing, das sind schon massive Eingriffe in mein Leben gewesen, die ich im Endeffekt nicht wirklich selbst verschuldet habe. Und naja, vielleicht ist es auch schlechtes Karma. Es kann gut sein. Aber ich weiß es nicht. Also manchmal kreiert man ja auch neues, schlechtes Karma für sich selbst, indem man andere schädigt, ohne dass die jetzt schuld daran sind, dass sie diesen Schaden bekommen oder so. Also, weiß nicht. Kann man nicht so genau sagen, weiß man ja auch nicht. Und ja. Jedenfalls habe ich dann auf meine Eltern gehört, bzw. auf meine Mutter irgendwann, und habe versucht, eine Ausbildungsstelle zu finden. Das war aber ein totaler Reinfall. Aber glücklicherweise habe ich wenigstens, als ich die Schmiedelehre angefangen habe, bin ich nach Trier gezogen und habe da meinen Yogameister kennengelernt. Und das war schon auf jeden Fall ganz gut. Ich habe halt schon mit elf Jahren angefangen, mich mit so etwas zu beschäftigen, mit Yoga zu beschäftigen. Aber ohne, dass ich das wusste. Also ich habe irgendwie, nachdem ich umgezogen bin von meiner Mutter zu meinem Vater, damit ich mich nicht umbringen muss, weg von den Rauchern, weg von dem ganzen Scheiß. Gut, mein Vater hat auch geraucht, aber immer nur draußen. Meine Mutter hat ja auch aufgehört irgendwann, aber gemobbt wurde ich halt immer noch in der Schule und ich wollte mich schon umbringen mit elf Jahren, also bin ich da dann lieber weggezogen. Und dann hatte ich da erstmal keine Freunde und habe dann eben ganz in Ruhe da viel Zeit mit mir selber verbracht. Es gab auch keinen Fernseher da, der mich hätte ablenken können. Und dann habe ich halt Musik gehört und vor mich hin lamentiert so in meinem Kopf und ab und zu mal eine Zigarette geraucht. Ja, ich habe mit elf Jahren dementsprechend auch schon angefangen zu rauchen. Hallo. Also, als der Passivrauch, komischerweise als der Passivrauch von meiner Mutter weg war, habe ich angefangen zu rauchen. und ja, dann habe ich also zufällig meditiert, weil ich alle Gedanken irgendwie schon durchgedacht hatte, die ich jemals denken konnte in meinem Kopf. und als ich dann plötzlich an dem Punkt war, dass ich nochmal hätte irgendeinen Gedanken wiederholen müssen, den ich schon durchdacht hatte, dann kam ich auf die Idee, ja, ich könnte ja eigentlich auch aufhören zu denken. Das ist doch vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Oder bzw. ich habe dann eigentlich einfach nur das direkt gemacht. Ich habe einfach nur gedacht, eigentlich brauche ich dann ja nicht mehr zu denken und habe dann aufgehört zu denken. Und zack, war mein Kopf einfach leer. Ja, es war nichts mehr. Ich lag da mit geschlossenen Augen und plötzlich hat sich meine Wahrnehmung erweitert und das war so krass. Ich habe halt angefangen, den ganzen Raum wahrzunehmen um mich herum in 360 Grad Sicht im Prinzip. Also ich konnte auch Sachen sehen, die hinter mir waren. Es war so eine Art Hochbett und ich habe halt den unteren Teil des Zimmers auch gesehen. Dann hat sich das weiter ausgebreitet und ich habe die anderen Räume des Hauses gesehen und alles irgendwie von allen Seiten so durchschaut. Gleichzeitig, ne? Irgendwie. Und dann das ganze Haus. Und dann wird das noch weiter und dann habe ich irgendwann auch den Wald drum herum wahrgenommen und das Nachbarhaus. Und dann habe ich irgendwie gedacht, boah krass, was ist das denn? Und in dem Moment war es sofort wieder weg. Also das waren vielleicht drei oder vier Sekunden. Also so kam es mir vor, so in Realzeit. Natürlich. Also mir kam es halt länger vor, weil es in der Wahrnehmung war, aber in der Realzeit waren das bestimmt nur drei, vier Sekunden oder so. Ja, das war echt krass. Hammer hart. Also das hätte ich nicht gedacht. Und ich habe mich dann immer gefragt, was ist das? Warum? Und habe auch alle möglichen Leute dann auch angesprochen da drauf und so rumgefragt, was das sein könnte oder wie kann das passieren. Und ja, dann hat mir irgendjemand den Tipp gegeben, dass das vielleicht was mit Meditation zu tun hat oder sowas. Und hat mir da auch ein paar Bücher oder Sachen in die Hand gedrückt. Und dann habe ich mit meinem Nachbarn da so philosophiert und habe mit dem gemeinsam die Lehren des Don Juan studiert, wo dann auch noch genauer beschrieben wird, wie man eigentlich dadurch, dass man lernt den Verstand auszuhebeln, der immer alles beschreiben will und alles kategorisieren will, seine Wahrnehmung dann erweitert und dann die Wahrnehmung Flügel bekommt sozusagen. Und dann kann man mit den Flügeln der Wahrnehmung eben überall hinfliegen. Also in den Lehren des Don Juan geht es sogar so weit, dass die sich teleportieren können oder eben fliegen können, wirklich auch körperlich. Weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert, aber es wäre auf jeden Fall witzig. Also zumindest wird es halt so beschrieben, dass unser Verstand uns ja einfach nur im Prinzip einschränkt, insofern, dass wir dann diese Verstandesgrenzen haben, die uns gefangen halten in unseren Denkmustern, anstatt uns zu befreien davon und einfach das zu machen, was tatsächlich möglich ist. Und zwar unseren Geist über die Materie herrschen zu lassen und tatsächlich die Materie zu beherrschen, anstatt dass die Materie uns beherrscht. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Und wir haben das halt damals dann, also beide durchgelesen, haben versucht, das auf die heutige Zeit umzusetzen. Wir hatten auch schon überlegt, ob wir ein Buch schreiben. Aber wir waren halt noch viel zu jung und, also 16 und 17 und das war, naja, also mit 16 und 17 schreibst du doch kein Buch. Da hast du noch andere Sachen im Kopf und irgendwie, ja, Teil der Lehre ist ja auch, dass Bücher eigentlich gar nicht wichtig sind. Teil der Lehre von Don Tuan ist, dass es nicht auf das Geschriebene ankommt, weil das auch schon wieder etwas ist, woran sich der Verstand festklammert. Ja, jedenfalls habe ich dann auch Pilze ausprobiert und auf diesem Pilztrip habe ich irgendwie die ganze Welt als sehr klischeehaft wahrgenommen und musste sehr lachen. Und dann kam irgendwie wie so ein weiß-goldenes Licht, das mich eingehüllt hat und ich war wirklich plötzlich gar nicht mehr in diesem normalen Raum, sondern ich war wirklich in so einem, wie in einem anderen Raum und alles war nur weiß-goldenes Licht und eine Stimme hat mir gesagt, such dir einen Meister und lern zu meditieren. Und hör auf alle möglichen Drogen zu nehmen, weil wenn du auf dem geistigen Weg weiterkommen willst, dann brauchst du jemanden, der dir Meditieren beibringt und dann musst du lernen, wie man meditiert und das regelmäßig tun. Ja, und ich hatte eh schon mit dem Gedanken gespielt, dass mir das auf den Sack geht, dass ich süchtig war nach Kiffen und zu viel geraucht habe und dass Zigaretten sowieso sinnlos sind und wollte schon aufhören mit Zigaretten und nur noch seltener Kiffen, weil ich auch entdeckt habe ja, dass die Nikotinsucht einen eigentlich dazu verleitet, noch viel mehr zu kiffen, als eigentlich gut für einen ist. Und deswegen habe ich ja, deswegen habe ich dann mit 18 den Schritt gemacht, als ich dann umgezogen bin, ein anderes Umfeld hatte, habe ich das dann losgelassen. Erst das Kiffen, dann das Rauchen halt auch, also während ich Alkohol losgelassen habe oder beziehungsweise nachdem ich Alkohol ganz losgelassen habe, weil ich bemerkt habe, dass ich immer wieder auf Alkohol wieder mal eine Zigarette geraucht habe. Und dann habe ich mehr als ein halbes Jahr gar nicht geraucht, nur noch einmal an Silvester und da habe ich ja schon meditiert und habe gemerkt, wie mir das nicht gut tut und habe dann wieder komplett aufgehört. Okay, was sage ich jetzt? Jetzt rauche ich wieder, ist natürlich scheiße, finde ich auch nicht gut, will ich auch wieder weg von, ist aber momentan noch nicht. Es muss erst noch in mir drin so ein paar emotionale Geschichten wahrscheinlich aufgelöst werden, bevor ich das wieder loslassen kann. Hat wahrscheinlich auch mit meiner Vergangenheit zu tun. Naja, jedenfalls war das auch sehr interessant, als ich zu diesem Yogameister hingekommen bin. Er selbst möchte ja nicht als Meister bezeichnet werden, weil er sagt, der einzige Meister ist Gott oder das kosmische Bewusstsein, je nachdem wie man das nennen möchte. Und ja, das ist halt sehr witzig gewesen, weil ich bin da, genau, ich bin halt diesen Bahndamm lang gegangen und hatte den Weg beschrieben bekommen und wusste halt, okay, jetzt links von mir ist der Bahndamm und nach der Wegbeschreibung muss ich unter dem Bahndamm durch, also ist das Gebäude so in die Richtung. Und dann bin ich einfach, ja genau, und dann habe ich irgendwie wie so ein Scheinwerfer von diesen Disco-Scheinwerfern, die sich so im Himmel bewegen, dann in die Wolken anleuchten. War so ein Strahl, der gerade nach oben ging, aber es war kein, also der hat sich nicht bewegt, nicht so typisch wie diese Disco-Scheinwerfer, die sich immer so bewegen am Himmel. Und der ging einfach nur ganz gerade bis auf den Boden und dann bin ich genau auf diesen Strahl zugegangen und irgendein Gedanke hat mir gesagt, eingegeben so, das ist es, da musst du hin, wo der Strahl ist. Und ich so, okay, okay, das stimmt ja von der Beschreibung, dann bin ich da so lang und über den Bahndamm und tatsächlich war dann ein Gebäude genau da, wo der Strahl runterkam. Dann bin ich da drauf zugegangen und mir wurde dann klar, dass das eben kein Strahl ist von der Disco, sondern der irgendwie anders da ist, weil das war kein physischer Scheinwerfer da. Nicht hinter dem Gebäude, nicht vor dem Gebäude, ich bin einmal drum herum gegangen, da war nichts. Und dann habe ich auch später noch gefragt, weil ich ja doch ein bisschen verwirrt war und er meinte, ja, das könnte gut sein, da ist halt starke Energie, eine starke Lichtsäule. Und da wusste ich dann auch, dass ich ein bisschen hellsichtig bin. Ich sehe zwar nicht alle Details so genau, wie jetzt jemand, der das professionell seit Jahren anwendet, weil ich halt auch nicht so ein einfaches Leben habe vielleicht und nicht so ein Gleichgewicht habe wie die manchmal. Aber ich sehe schon auch Sachen. Das ist auf jeden Fall witzig. Ja, da wurde ich dann ja auch von meiner chronischen Bronchitis geheilt, die ich mein Leben lang hatte, bis dahin. Und das war wirklich gut für mich, das hat mich gut getan. Und ja, aber dann hatte ich ein halbes Jahr, nachdem ich in Trier war, ein Dreivierteljahr, nachdem ich in Trier war, wollte ich eine Freundin besuchen. Bin zum Geburtstag gefahren im Februar und es war so irgendwie ein Nullpunkt. Und ja, dann ist irgendwie, also es war trocken und ich dachte, das wäre nicht schlimm. Also ich bin ganz normal gefahren, so nach der Geschwindigkeitsbegrenzung auch. Ja, und dann hat es ein paar Schneeflocken geschneit und ich so, oh scheiße, dann bin ich schon auf die Bremse. Ich bin gerade von der Schnellstraße abgefahren und war halt noch so auf 100, 70 bis 100. Also ich habe so von 100 dann runtergebremst und dann ging es um eine Kurve und dann habe ich kurz gesehen, dass die Straße gespiegelt hat. Also wie, ja, dann habe ich gedacht, das wäre irgendwie eine Eisfläche und hatte Angst und habe dann noch stärker gebremst. Und aus Panik, weil ich gedacht habe, ich fliege aus der Kurve sonst. Aber das war halt ein Fahrfeder, weil ich gerade erst ein Dreivierteljahr Auto gefahren bin. Und dann ist mein Auto hinten ausgebrochen und ich bin gerade so noch um die Kurve gekommen, aber es ist hinten ausgebrochen. Und ich bin dann schräg gerutscht, hatte keine Kontrolle mehr. Die Straße war glatt genug und dann bin ich in eine Autokolonne, die von unten kam, reingerutscht. Und ich hatte halt das Pech, ein anderer ist irgendwie 20 Minuten vorher oder nachher an der gleichen Stelle rausgeflogen. Wahrscheinlich 20 Minuten vorher eher oder so, weil denn sein Auto lag da im Wald. Und bei mir war es halt so, dass unglücklicherweise jemand gerade hochfuhr von unten. Also bin ich halt in das andere Auto reingecrasht und mein Polo sah aus wie eine Banane. Und ja, ich bin in noch einen älteren Polo reingerutscht und da war wohl irgendwie der Schnallgurt nicht richtig fest. Und die Dame ist halt, die da saß auf dem Beifahrersitz, so eine 79-Jährige, die ist dann vorne aufs Armaturenbrett geknallt, weil der Gurt sie wohl nicht richtig gehalten hat und das alte Polo-Modell hat auch noch keinen Beifahrer-Airbag. Und dann ist natürlich direkt eine Platzwunde am Kopf gewesen. Wir haben die aus dem Auto dann rausgeholt mit mehreren Leuten. Und dann bin ich, also ich war so überwältigt, ich habe gar nicht kapiert, was da abgeht. Ich war halt voll geschockt und saß dann da und habe versucht, irgendwie was zu machen. Aber es ging ja, also man konnte ja nichts machen. Ich habe direkt gewusst, weil ich ja auch schon meditiert habe und relativ bewusst war zu dem Zeitpunkt, ich habe keine Drogen genommen, keinen Alkohol getrunken an dem Abend. Hatte das auch nicht vor, ich war ja abstinent. Und ja, irgendwie, die ist dann gestorben und ich wusste das. Ich wusste es einfach, dass sie stirbt und konnte halt nur noch sagen, es tut mir leid, ich wollte das nicht und habe dann für sie quasi gebetet, also gute Gedanken geschickt, dass sie einen guten Übergang findet. Auf die andere Seite. Ja. Ja, und aufgrund dessen war ich halt depressiv auch. Und drei Tage lang war ich völlig neben der Spur. Also drei Tage lang konnte ich gar nichts machen. Meine Mutter, die hat sich total aufgeregt. Die ist nur noch mich am Ankeifen gewesen. Ich wäre allem schuld, alles ist scheiße. Also, hat mich sozusagen gestraft. Mal wieder, das macht es immer gerne. Ja, und ich saß da total paralysiert und mir ging das voll am Arsch vorbei, wie er rumgekeift hat, weil ich einfach nur total paralysiert war. Drei Tage lang absolut still da gesessen auf der Couch und nur stumpf in den Fernseher geguckt, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen sollte. Ich konnte die Zeit nicht zurückdrehen, ich konnte nichts ändern. Es war irgendwie alles vorbei. Alles, was ich an guten Sachen gerne gehabt hätte. Ich wäre ja auch gerne auf den Geburtstag gegangen. Hätte vielleicht nochmal irgendeine Frau kennengelernt oder getroffen. Oder irgendwas. Ja, gar nicht halt. Nichts. Das ist echt ätzend. Ja, und dann habe ich versucht, das irgendwie zu verarbeiten. Meine Mutter hat erwartet, dass ich sofort wieder arbeiten gehe. Das ging aber nicht. Dann war ich erst mal in der Klinik. Das war das Einzige, womit ich sie beruhigen konnte, dass sie mal die Fresse gehalten hat. Dass ich gesagt habe, ich muss jetzt erst mal in die Klinik. Und dann war ich sechs Wochen weg. Und danach wurde ich dann auch dringend motiviert, auch von ihr dann wieder und so weiter, wieder arbeiten zu gehen. Und ich so, okay, wie ist das? Dann bin ich da hingefahren mit dem Zug. Und die Zugverbindung war scheiße. Ich war gar nicht wirklich pünktlich morgens. Und abends konnte ich teilweise gar nicht mehr zurückfahren, weil auf dem Rückweg dann, wenn ich Überstunden hatte, gar kein Zug mehr gefahren ist. Und nachdem das zwei-, dreimal passiert ist, innerhalb von den ersten zwei Wochen, dass ich dann abends nicht mehr nach Hause kam. Und mir dann schon gesagt wurde, ja, du kannst dir ja eine Wohnung suchen. Da war ich schon wirklich so verzeiht und habe angefangen, eine Wohnung zu suchen. In dem kleinen Kuhkafter, bei Leuten, wo ich wusste, mit denen komme ich nicht zurecht. Die kommen mit mir auch nicht zurecht. Denn überhaupt finden mich ein paar Leute in der Stadt gut, aber auf dem Dorf, ne? Also weiß ich, ich weiß es einfach, es war schon immer so. Ich konnte noch nie auf dem Dorf mit Leuten, selten, nur so Einzelne, die aber auch Freaks sind oder ein bisschen anders sind. Ja, dann habe ich halt gesagt, ich kann das nicht mehr. Und bin dann zum Arzt und habe mich testen lassen auf Asthma, weil ich auch schon gemerkt habe, dass es auch wieder hier anfing, meine Lunge sich zuzusetzen irgendwie. Krank war ich nicht. Und der hat mich dann halt arbeitsunfähig geschrieben, wegen den Stäuben und so. Beim Schmied in der Schlosserei. Dann habe ich halt meine Schmiedelehre, meine Physiotherapieausbildung angefangen. Weil in den drei Tagen, wo ich paralysiert vom Fernseher saß, habe ich so ein Video gesehen, über Massage. Und dachte halt, boah, Masseur, du warst so gerne massiert, als du elf Jahre alt warst. Eigentlich würde ich gerne Menschen helfen, lieber massieren, lieber Yoga machen und mich auf Heilarbeit konzentrieren, als eine Schmiedelehre zu machen, wo ich dann eh später in dem Beruf eigentlich nicht arbeiten will, dauerhaft. Weil ich weiß, auf Dauer geht man davon kaputt. Der Körper geht einfach kaputt. Und zumindest so, wie die da gearbeitet haben. Und der Betrieb war halt auch ätzend. Da habe ich mich natürlich dann auch noch mehr von Menschen zurückgezogen. Dann in dem Sommer darauf bin ich noch weniger rausgegangen. Und halt Depri, habe mich einfach zurückgezogen. Und mich so ein bisschen in meine eigene Welt geflüchtet. Und dann habe ich die Physiotherapieausbildung angefangen, zum Glück. Und das war auch ganz gut. Allerdings wurde ich da halt auch gemobbt, auch von der Klasse. Also ich wurde im Prinzip in jeder Schule gemobbt. Also auch in der Schmiedeausbildung wurde ich von der Schlosserklasse, Metallverarbeitungsklasse, gemobbt, in der ich war. Und in der Physiotherapie-Schule auch. Sogar schon fast vom ersten Tag an. Nur weil ich gesagt habe, ich meditiere gerne. Und dann haben die sich schon über mich lustig gemacht. Das ist echt bekloppt. Also man kann... Ey, selbst wenn man sagt schon... Also ich würde mich nicht wundern, wenn man nur sagen würde, ich bete ab und zu zu Gott, dass dann schon die Leute anfangen würden, einen auszulachen. Ich weiß es nicht, ey. Ich finde es einfach nur... Boah, ich finde es so ätzend. Ist mir auch egal. F***t euch. Ey, ohne Mist. Ist mir so egal. Weck mich doch. Ich mache, was ich will. Dann könnt ihr drüber lachen, bis ihr schwarz werdet. Ja. So. Sieht aus. Ja, was ist noch? Was war dann? Genau. Ich habe die Lehre halt eigentlich schon fast abgeschlossen gehabt. Aber die hatten mich schon auf den Kicker, weil ich halt öfter mal zu spät kam. Ich bin Tage manchmal nicht hingegangen, weil ich immer noch depressiv war. Und an den Tagen, wo es mir richtig mies ging, bin ich halt lieber nicht in die Schule, weil ich wollte meine Mitschüler nicht runterziehen und ich wollte nicht runtergezogen werden zusätzlich an Tagen, wo es mir schlecht geht von denen. Ist ja auch verständlich. Also hatte ich nicht so die Kraft dazu, dann auch noch den Scheiß mir zu geben von denen. Also gemobbt werden ist auch anstrengend. Sollte man eigentlich bezahlen. Also so nach dem Motto, okay, die Menschen brauchen das andere fertig zu machen und zu mobben. Vielleicht geben wir einfach mal den Mobbern dann pro Stunde so ein Gehalt und dann gibt es so professionelle gemobbt werdende. Also professionelle Mobbingopfer und die können sich dann da hinsetzen und sich mobben lassen für Geld. Das wäre doch eine Idee, oder? Das finde ich echt gut. Dann würde ich, ey, wenn das so wäre, wenn ich für jede Stunde in meinem Leben, die ich gemobbt worden bin, nur ein Euro bekommen hätte, dann wäre ich jetzt, glaube ich, schon Millionär fast. Weil mit dem Grundkapital hätte ich mir schon eine Firma aufgebaut. Echt. Definitiv. Aber ist ja auch egal. Ist alles scheißegal, ey. Weißt du, auf mir kann man halt schön rundtrampeln. Bitteschön. Tut es. Habt Spaß. Irgendwann muss man sich halt eine Einstellung dann, eine Attitüde quasi angewöhnen. Sonst geht man ja kaputt dran, oder? Und dann bin ich halt von dieser Schule geflogen, hab versucht auf eine andere Schule zu kommen. Gleichzeitig ist auch noch meine Beziehung in die Brüche gegangen, meine erste große Liebe in die Brüche gegangen. Das war wirklich eine, ja, eigentlich eine schöne Beziehung und zumindest für mich und auf jeden Fall auch teilweise für sie, das weiß ich auch, zum Großteil auch für sie. Und die hat mich aber am Ende betrogen und das hat mich natürlich zusätzlich runtergezogen, vielleicht habe ich deswegen auch dann die letzte Abmahnung bekommen, weil es mir nicht gut genug ging. Weil ich keinen, ja, keinen positiven Support mehr hatte, keine Liebe, die irgendwie mich unterstützt hat, dabei wohlgemut zu sein und die Ausbildung zu schaffen. Und das macht bei mir schon auch viel aus. Ich weiß nicht, ist das normal, dass man irgendwie, dass man seine Sachen besser schafft, wenn man geliebt wird, oder ist das nur bei mir so? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Fände ich sowieso gut, wenn ihr da mehr reinschreiben würdet. Schreibt mal. Wäre nett. Würde mich freuen. Und ja, jedenfalls, Liebe hat mir dann auch nicht geholfen. Im Endeffekt habe ich danach dann aber trotzdem auf die Zähne gebissen und habe gesagt, ich will das weitermachen, ich will es schaffen. Und habe mir eine andere Stelle, eine andere Schule gesucht, einfach ein Jahr wiederholt und habe meine Mutter darum gebeten, weil ich mir nicht so richtig selbstvertraut habe, dass es mir gut genug geht, ob es okay ist, wenn ich nochmal zu ihr ziehe für ein Jahr. Und das war der größte Fehler meines Lebens. Ja, wie gesagt, also es war einer der größten Fehler meines Lebens. Wieder zu meiner Mutter zu ziehen. Die hat mich halt, ja, dann ständig angeschrien, weil ich nicht, weil ich die Musik zu laut hatte oder weil sie, was weiß ich, weil sie irgendwas gerochen hat davon, dass ich gekifft habe oder geraucht habe und halt wegen allem möglichen kleinen Scheiß. Und ich habe einfach nur sau den Stress gehabt und habe versucht, irgendwie die Ausbildung fertig zu machen. Und ich bin so kaputt und fertig, wie ich mich gefühlt habe. Und ja, ich habe es irgendwie ganz gut auf die Reihe bekommen. Also in den Vorprüfungen hatte ich eine ganz gute Voraussicht, Aussicht so. Ich habe mit einem Freund zusammen gelernt, der auch gekifft hat. Wir haben zusammen gekifft und haben dann gekifft gelernt und haben tatsächlich high gelernt und dann einen Highscore gemacht auch. Beide eine Zwei in der Vorprüfung, um es schon mal auf die Prüfung vorzubereiten und so. Meine Direktorin hat die ganze Zeit auch an mich geglaubt und hat gemeint, du schaffst das. Die war auch gleichzeitig meine Klassenlehrerin. Das war die beste, eine der besten Lehrerinnen oder wenn nicht die beste Lehrerin, die ich hatte in der gesamten Ausbildung. Auch nochmal großes Dankeschön, weil das hat mir echt viel gegeben. Ich bin ja als kleines Kind mal vor die Klasse gezogen, gezerrt worden von meiner Klassenlehrerin in der ersten Klasse. Und weil ich immer aus dem Fenster geguckt habe, ich hatte halt ADS und war manchmal so ein bisschen am Abschweifen, am Träumen, war halt ein Träumer. Und dann hat die mich an den Haaren gezogen vor die Klasse und hat mir eine geflatscht und hat gemeint, das ist der Klassenträumer. Hat mich vor der ganzen Klasse losgestellt und da ging es eigentlich dann so richtig los mit dem Mobbing. Also ab da war es dann vorbei. Das hat mich auch weiter begleitet. Die Leute haben mich ja auch noch begleitet bis in die Hauptschule, dann siebte Klasse. Ich kam natürlich dann auch nur auf die Hauptschule, weil wie soll man lernen, wenn man jeden Tag Psychoterror in der Schule hat? Wie soll man dann gut sein in der Schule? Das weiß ich nicht. Ich kenne niemanden, der so eine scheiß Schulzeit hatte, der gute Noten hatte. Es sei denn, er hat sich komplett abgekapselt von allen Kindern. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder hat die Schule gewechselt. Also ich habe die Schule dann gewechselt. Ich war kurz davor, mich umzubringen mit elf Jahren. Und habe dann die Schule gewechselt, bin zu meinem Vater gezogen, bin auf eine Waldorfschule gegangen. Und da ging es mir besser. Da konnte ich das erste Mal mich entfalten und machen, was ich wollte. Und mit den Physiotherapie-Schulen war das irgendwie ein bisschen ähnlich. Weil das eine war halt so eine altbackene Schule. Die haben auch die harten Behandlungsmethoden gelehrt, was manuelle Therapie angeht. Das sind die altmodischen Behandlungsmethoden. Und in Koblenz habe ich dann nochmal die sanfte Form der manuellen Therapie lernen dürfen. Und noch ein paar alternative Behandlungsmethoden, wie Kraniosakrale und so weiter. Und auch ein bisschen Osteopathie haben wir angeschmitten. Also es war ein Fußreflex, so ein Massage. Und das war für mich, war das viel interessanter. Also eigentlich hätte ich am liebsten die Ausbildung in Koblenz nochmal von vorne angefangen. Aber das wäre einfach viel zu teuer gewesen. Nicht möglich. Ja, jedenfalls hat meine Mutter dann irgendwie, als ich dann schon angefangen habe, mir eine Wohnung in Koblenz zu suchen, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt kurz vorm Examen. Ich brauche meine volle Konzentration zum Lernen und kann das nicht ab, wenn dann noch jeden Tag meine Mutter irgendeinen Stress macht und mich anschreit. Weil jedes Mal, wenn die Stress gemacht hat, dann konnte ich nicht lernen, eine Woche lang. Und habe auch schlechtere Noten geschrieben bei Klausuren. Und jedes Mal, wenn ich richtig meine Mutter zur Sau gemacht habe und ihr gesagt habe, lass mich in Ruhe und sie mich dann mal vorsichtig in Ruhe gelassen hat, eine Woche lang oder ein paar Tage lang, konnte ich gut lernen und habe dann auch gute Noten gehabt. Also es war irgendwo, auch in der Grundschule war das schon so, dass meine Mutter da massiv mit zu beigetragen hat, dass ich so schlecht war, weil sie so einen massiven Druck gemacht hat, dass ich gut lernen muss, dass ich besser werden muss in der Schule und weniger Fehler machen muss im Diktat und so weiter. Und diese Hardliner-Lernmethode und dieses auf Druck und auf Schlagen und so, das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Das hat bei mir noch nie funktioniert. Das hat immer nur dazu geführt, dass es schlimmer wurde, dass ich noch mehr Angst hatte davor. Und das hat zu einem tiefsitzenden Schreibtrauma geführt, das ich bis heute habe. Deswegen schreibe ich immer noch, zum Beispiel, ohne darüber nachzudenken, die eine schöne Frau, schöne groß und Frau klein. Oder beides groß, weil ich da so Probleme hatte und das war scheinbar zu viel Druck und das hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Falsch. Das heißt, ich muss jedes Mal, wenn ich irgendwie so etwas wie eine schöne Frau schreibe, muss ich das erst nochmal korrigieren, bevor es grammatikalisch richtig ist. Ich weiß, wie es grammatikalisch richtig ist. Ich kann meine eigenen Bewerbungen korrigieren, sodass da vielleicht höchstens ein oder zwei Komma-Fehler oder irgendetwas Kleineres drin ist. Wenn ich da genau drauf gucke und mir Zeit nehme, korrigiere. Aber das alles fällt mir total schwer, wegen dieser ganzen Scheiße. Bis heute. Ich habe ja versucht, das zu überwinden. Das sitzt tief. Ich weiß nicht, wie ich das überwinden soll. Das geht auch nicht mit ärztlicher Hilfe, weil Ärzte überhaupt gar keine Ahnung haben. Mal abgesehen davon habe ich keinerlei Vertrauen zu Ärzten, weil Ärzte bisher nur Scheiße gebaut haben bei mir. Ja, das gab halt nur Probleme. Ich habe bei ihr im Keller gewohnt, ich habe sie gestört, sie hat mich gestört beim Lernen. Und dieser ganze Scheiß. Und das ist irgendwo tierisch in die Hose gegangen dann. Weil immer, wenn sie mich genervt hat, konnte ich nicht lernen, habe schlechte Noten in den Klausuren gehabt. Dann musste ich mich gegen sie wehren und sagen, lass mich in Ruhe, verdammt nochmal. Und auch ziemlich laut und mit Nachdruck manchmal. Und musste mich dann einschließen, einbunkern, damit ich irgendwie klarkam. Ich habe nebenbei noch einen Nebenjob beim Rewe gemacht, der ultra stressig war. Und dann halt noch jeden Tag bis 16 Uhr, teilweise bis 18 Uhr Schule oder halt Praktikum im Krankenhaus. Und dann noch Lernen. Dann freitags abends und samstags bis nachmittags im Rewe. Also in Stoßzeiten, wo du halt richtig Stress hast. Ich kam dann daheim und habe so gezittert. Und dann brauchte ich was zu kippen einfach, weil ich sonst einfach zusammengeklappt wäre oder mich selbst umgebracht hätte, weil ich immer noch auch so Depri war. Vor allen Dingen, weil ich halt die erste Frau in meinem Leben verloren habe, an die ich, also die ich wirklich so geliebt habe. Also vorher war das immer alles nur Geplänkel, aber das war wirklich Liebe und für mich zumindest. Und ja, das hat wirklich halt wehgetan. Und irgendwie hatte meine Mutter da nicht so wirklich Verständnis für oder so, dass ich das einfach ohne Betäubung nicht ausgehalten habe. Die hasst irgendwie Leute, die Drogen nehmen oder kiffen. Also ich finde es besser, als sich Antidepressiva zu schmeißen oder Schmerzmittel oder Alkohol zuzusaufen. Ganz ehrlich. Gut, ich hatte einen Absturz am Silvester, aber ich habe sonst nicht viel getrunken. Und es war eigentlich alles nicht so schlimm, aber meine Mutter hat das so aufgebauscht. Und dann, ja, wir haben einen Vertrag, dass du nicht rauchst im Haus. Und ich wollte aber ab und zu mal abends einen Joint in meinem eigenen Zimmer rauchen. Ja, mein Gott. Es ist einfach nur, weißt du, Kleingeistigkeit. Und Hauptsache, ich habe einen Grund, mich aufzuregen und dann kann ich jemanden fertig machen. Das Ende vom Lied war, ich musste dann da ausziehen, weil ich konnte eh nicht lernen. Und habe mir schon eine Wohnung in Koblenz gesucht, habe meinen Partneronkel gefragt, ob der mir das Geld leiht. Ich hatte auch schon einen Job parat in der Nähe von, also nicht allzu weit von Koblenz weg. Da hätte ich dann auch arbeiten können, der bei einer Physiotherapiepraxis war. Aber meine Mutter hat mir direkt das Auto weggenommen dann, als ich, also die hatte ja das Auto bezahlt gehabt. Das hätte ich mir ja nicht leisten können. Danke dafür, aber es hat mir natürlich nichts gebracht, so wie du es jetzt gemacht hast. Trotzdem danke. Im Endeffekt, ja, also ich habe das Auto dann nicht mehr gehabt und das heißt, ich konnte diesen Job nicht machen. Ich hatte kein Geld. Ich habe gerade so die Kaution bezahlt bekommen, hatte richtig wenig Kohle, hatte irgendwie gar nichts. Konnte mir nicht mal leisten, irgendwie, ja, das Nötigste zu holen. Hatte kaum Essen und so. Habe versucht, Sachen zu verkaufen, habe versucht, einen Job zu finden in irgendeiner Kneipe in Koblenz. Es ging nicht, hat alles nicht geklappt. Ich stand auch so unter Druck, mich hätte keiner genommen. Wenn du so unter Druck stehst, dann nimmt dich einfach niemand. Es ist so, also zumindest bei mir ist das so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, wenn ich richtig unter Druck stehe, wenn ich mich irgendwo bewerbe oder wenn ich irgendwas von jemandem will, dann gibt es immer nur Nein. Auch wenn ich es ruhig und liebevoll und nett frage und mich gut versuche, einen guten Eindruck zu machen. Das heißt immer Nein, wenn ich unter Druck stehe. Wenn ich nicht unter Druck stehe, wenn alles in Ordnung ist, dann klappt es manchmal. Ganz selten. Also wirklich nur ab und zu mal. Ich weiß nicht. Ist vielleicht nur bei mir so. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich es tatsächlich eigentlich ganz gut hinbekommen und war dann wieder relativ stabil und habe aber zu wenig Geld gehabt und dann habe ich meine Familie darum gebeten, mir zu helfen. Meine Oma, mein Opa väterlicherseits, die haben mir auch ein bisschen geholfen und mein Vater dann halt nicht, als ich es wirklich gebraucht habe. Und meine Mutter, die hat halt irgendwie die Mega-Aktion gebracht. Ich saß da noch in der Wohnung von meiner Mutter, als ich da raus bin, unten. Und sie kam dann ständig auch rein, die Tage vorher auch schon, ständig mit einem Zweitschlüssel von meiner Oma. Und ich konnte ihr den nicht abnehmen. Und dann habe ich ihr gesagt, sie soll mein Zimmer verlassen. Ich möchte alleine sein. Ich muss lernen und muss mich konzentrieren. Und dann wollte sie das nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt geh bitte raus. Und dann habe ich sie nochmal gebeten. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du jetzt nicht rausgehst, das ist meine Wohnung, wenn du jetzt nicht rausgehst, dann muss ich dich rauswerfen. Und dann habe ich sie halt rausgeschoben. Dann ist sie völlig ausgerastet, hat angefangen, mich zu schlagen und hat angefangen, mir an den Haaren zu ziehen. Und ich habe ihr mehrmals gesagt, dass ich nicht möchte, dass sie jetzt reinkommt. Dann habe ich ihr nochmal gesagt, als sie drin war, dass ich möchte, dass sie jetzt rausgeht. Und das hat sie dann auch nicht gemacht. Und dann habe ich sie mit Gewalt aus meiner Wohnung entfernt. Ich hatte so eine Kellerwohnung dann quasi bei meiner Mutter im Haus. Und ich musste sie also mit sanfter Gewalt da rausschieben. Sie hat sich dann auch an meinen Haaren festgehalten. Und als sie dann irgendwie angefangen hat, an meinen Haaren zu reißen, damals hatte ich noch offene Haare, habe ich halt, ja, das hat einem wehgetan. Dann habe ich sie von mir weggestoßen. Dann ist sie unsanft auf ihren Arsch gefallen und ist damit zu ihrem neuen Macker heulen gegangen. Und der ist halt Feuerwehrmann. Und dann standen die am nächsten Morgen, als ich da saß, Umzug und so, alles schon in der Planung. So eine Woche habe ich noch gebraucht, um umzuziehen. Und dann stand die da plötzlich am nächsten Morgen, hat sich mit Zweitschlüssel Zugang verschafft wieder, mit ihrem Macker vor mir. Ich saß da im Bademantel, nichts drunter. Und der stand da mit einem Stück von einer Oberlandleitung, halt so ein dickes Kupferkabel, das ziemlich steif und fest ist. Da kann man jemanden den Schädel einschlagen. Und er meinte, er würde mich jetzt aus dieser Wohnung rausprügeln. Und dann habe ich gemeint, okay, dann versuch das mal. Habe den Bademantel abgeworfen, bin den nackt angesprungen, weil ich hatte ja keine andere Chance. Und habe das Teil festgehalten und ihm aus der Hand gerissen und das in die Ecke gefeuert. Damit er erst mal nicht drankommt, habe dann mein Longboard genommen, habe die Tür schnell aufgemacht und habe gemeint, ich prügel euch mit meinem Longboard hier raus, wenn ihr jetzt nicht hier sofort rausgeht. Ihr habt hier nichts verloren, das ist meine Wohnung. Und habe die dann rausgeschoben, aber ohne sie zu verletzen. Und habe die Tür zugemacht und abgeschlossen. Und dann haben die die Polizei direkt gerufen. Und die Polizei wollte mich in ein Obdachlosenheim bringen. Auf deren Auftrag auch nicht. Ähm, boah, also ich weiß nicht, aber darf man Menschen hassen, die die Polizei rufen, anstatt ihre Probleme normal zu regeln? Dann hatte ich noch 20 Minuten Zeit, um das Nötigste zusammenzupacken und zu verschwinden. Die Polizei wollte mich schon mitnehmen und ins Obdachlosenheim stecken. Da habe ich gemeint, nö, ihr nehmt mich jetzt nicht mit. Ich habe jetzt Unterricht, ich muss jetzt zur Schule. Haben sie natürlich blöd geguckt, ne, so. Die haben natürlich auch eher meiner Mutter geglaubt, als sonst jemand. Also ich weiß auch nicht, was da abgeht, aber ich glaube, der Neue von meiner Mutter ist halt ein Nazi. Und der hat eh schon, weil meine Mutter wahrscheinlich nicht gut auf mich zu sprechen war dann manchmal, weil wir ja Streit hatten, dann hat er die wahrscheinlich gegen mich gepolt. Ist ja klar, oder? Wie macht man, wie läuft sowas? Weißt ja, wie sowas läuft. Aber trotzdem, schäm dich. Schäm dich einfach. Du hättest einfach normal mit mir umgehen können, obwohl ich kiffe. Das geht. Das ist möglich. Man kann mit Menschen, die kiffen, normal sprechen. Wirklich. Nur weil die bekifft sind, sind die nicht scheiße. Und auch ich bin nicht scheiße. Weder wenn ich bekifft bin, noch wenn ich nicht bekifft bin. So, das musste mal gesagt werden. Mal abgesehen davon, ja, habe ich es trotzdem eigentlich gewuppt. Nur mein Vater meinte dann, als ich ihn ein bisschen panikerfüllt angerufen habe am Sonntagmorgen und da genervt habe, von wegen, gib mir mal bitte 20 Euro. Ich muss morgen ins Examenspraktikum fahren. Das ist ultra wichtig, weil wenn ich das verkacke, dann habe ich keinen Examen oder muss noch ein Jahr wiederholen und das kostet dann wieder mehr Geld und so. Und, ja, also es war ja schon problematisch, das Schulgeld dann weiter zu bezahlen, als ich den Job im Rewe dann nicht mehr hatte, weil kein Auto und auch den anderen Job nicht annehmen konnte. Und deswegen hatte ich eh schon diskutiert, auch mit meiner Schulleiterin, ob das alles klappt. Aber die meinte, mach dir erstmal keine Sorgen ums Geld. Guck erstmal, dass du lieber, dass du lernst und dass du das schaffst. So, und ich habe mich darauf konzentriert. Die Vorprüfungen waren auch gut. Wir haben sogar bekifft gelernt. Also ich und ein Kumpel, die zusammen in der Klasse waren, haben bekifft gelernt und haben tatsächlich auch deswegen, obwohl wir bekifft gelernt haben, gute Noten gehabt in der Vorprüfung. Und unsere Direktorin, die auch unsere Klassenlehrerin war, hat gesagt, dass sie zuversichtlich ist, dass wir das beide gut schaffen, das Examen. Und das meinte die Ernst, die hat nicht gelogen, ich weiß das. Die macht das nicht, um zu lügen. Die sagt einem auch, wenn ihr was nicht passt und so. Das ist eine korrekte, straighte Frau. Und deswegen, also es ist auf jeden Fall, ja, mein Vater meinte dann, er müsste mit meinem Opa zusammen mich dann holen gehen, weil ich gesagt hatte, ich verliere den Lebensmut zu einer Tante von mir, wenn meine Familie nicht hinter mir steht, kurz vorm Examen. Und meinen tat ich natürlich damit, dass irgendwie, dass es schön wäre, wenn sie einfach mal hinter mir stehen würden, so nach dem Motto, ey, wir unterstützen dich jetzt, dass du das schaffst, dass du das Examen packst und so. Und dann kannst du dir einen Beruf suchen oder sonst was. Und mein Vater hat, also eine Stelle suchen und mein Vater hat gemeint, ich müsste in die Klinik zur ambulanten Therapie. Und ich habe mich verarschen lassen und bin dann da hin mit denen. Und der hat mich da vor dem Arzt so reingeritten. Es gab gar keine ambulante Therapie. Habe ich dann später herausgefunden, da kommt man nur rein, wenn man erst vorher wochenlang in der Klinik war und dann irgendwo ambulant weiter Therapie macht. Und ja, mein Vater hat dann irgendwie gelogen von wegen, ich würde mich selbst umbringen wollen, obwohl er das gar nicht wusste und mich auch nicht gefragt habe, ob ich mich selbst umbringen will. Hat er mich nie gefragt vorher, ne. Und hat mich da dann im Prinzip einfach drin schmoren lassen, hat mir aber 20 Euro zum Telefonieren gegeben. Ist ja auch egal, ne. Also, genau. Mhm. Ich glaube es nicht, ey. Ohne Scheiß. Was für ein Abwrack eigentlich. Es ist unbegreiflich. Ich kann das nicht begreifen. Bis heute ist es für mich unbegreiflich, wie man auf so behinderte Ideen kommt. Ihr seid doch beide behindert, oder nicht? Guck mal, ich bin auch behindert. Ich habe eine Diagnose. Asperger-Syndrom. Von wem kommt das? Ihr seid beide behindert. Aber echt. Vielleicht habt ihr eine erworbene Behinderung, aber das ist doch echt krass. Wie kann man denn sein eigenes und einziges Kind, na gut, zu dem Zeit für meinen Vater nicht einziges Kind, aber für meine Mutter einziges Kind, so hängen lassen? Ich habe bis jetzt noch keinen Stand im Leben. Ich werde 30. Und ich habe keine Hoffnung darauf, dass es sich irgendwann ändert. Weil ich keinen Führerschein habe, weil ich kein Geld habe und ohne Führerschein kriegt man keinen Job heutzutage. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht damals? Nee, das war euch scheißegal. Mir aber nicht. Vielleicht. Aber ist mir auch egal dann. Ihr braucht euch nicht darauf verlassen, dass ich euch irgendwann helfe, wenn ihr mal Hilfe braucht. Wirklich. Wenn ihr wirklich, wirklich Hilfe braucht, dann wisst ihr auf jeden Fall, wer nicht da sein wird. Und ihr könnt mich auch gerne enterben. Enterbt mich. Es ist mir egal. Ich sterbe lieber mit einem Lächeln im Gesicht und ohne irgendwas in der Tasche oder nackt irgendwo in der Gosse als so materialistisch und falsch zu sein wie ihr. Ja. Ich sterbe lieber mit einem Lächeln. Ich sterbe lieber mit einem Lächeln. Ein Wohring. Ein Wohring. Das ist mir klar.